Herzlich Willkommen zurück zu Borderlands 2 ja und wir sind dabei hier seine Stimme aufzunehmen Feierabend so ja sag du auf Wiedersehen also der SMG ist eigentlich auch gar nicht schlecht hier haben wir noch einen Robo der entkommt unseren Giftspritzer auch nicht boah ich bin fast tot was war denn das jetzt hallo aber ich hoffe ja wir kriegen bald für einen Geschützturm so eine Erweiterung boah was war das wir sind noch mehr oh Kamikaze nehmen wir mal auf wollen die jetzt hier von mir stirb mal ganz geschmeidig durch so ist wieder mal Ruhe Gucken wir mal hier schnell immerhin jetzt haben wir wieder 5 Granaten ja hier soll das sein hier unten da sind aber auch noch Feinde ist noch hier einer aha da drüben so der ging ja mal gut schnell hab ich auch Junge, 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 Junge ist hier noch einer der mich überraschen ein großer oh haben wir noch Raketenwürfer da haben wir leider 0 müssen wir mal ein bisschen mit der drauf hammern oh 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 jetzt wirds kritisch ein bisschen vergiften und der ist kaputt ich bin auch kaputt ich kann jetzt nur hoffen dass ich den noch kriege genau Dankeschön kommen noch welche mein Gott nimmt das nochmal ein Ende hier einer mit Flammenwürfer das war das ist noch ein Kamikaze ja man merkt schon das wird langsam hier äh immer kritischer hier fliegt so noch so eine Drohne rum mal schnell Munition auftanken mal schnell Munition auftanken nee das lassen wir erstmal so jetzt will ich aber endlich hier die hier hey Kinder wusstet ihr was eure Mamas und Papas aufgegeben haben damit ihr in Opportunity leben könnt rein gar nichts eure Familie bekommt sogar Geld dafür ich bin derjenige der hier alle ernährt und beschützt denkt dran lebt eure Eltern aber lebt nicht mehr na wo bist du komm steh auf schweinehund naja selber schweinehund jetzt stehst du da so blöd ein Feind sehe ich noch der kommt auf mich zu gerannt oder jetzt ist er weg hm ah da oben eine Drohne komm so so die wäre war mal eine Drohne so die ist jetzt auch voll wieder die Waffe hier die scheint sehr effektiv zu sein gegen die jetzt müssen wir in die Richtung aber wieder nach oben so höher 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 ah hier kommt schon wieder das war wohl ein fester Geschützturm so da ist das nächste aber ich schätze mal hier kommen gleich noch welche so da wollen wir mal runter riskieren müssen wir es ist ja hier beim anfang wusstet ihr dass in Opportunity auf Umweltverschmutzung die Todesstrafe steht falls nicht der sagt doch immer dasselbe also eigentlich ich hoffe ihr hört nicht dass draußen bei mir hier irgendwie einer mit so einem Schleifgerät arbeitet also selbst ich höre es noch obwohl ich Kopfhörer auf habe ja ich hoffe mal nicht so jetzt den letzten noch aber da war ja 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 eine Herausforderung was meine comics hat nur komplett der wäre auch hin oh ist nicht hier was so so hier habt ihr ein bisschen Strom ach jetzt ist scheiße das war der hier aber die Waffe ist so wow ist das ah wieder so ein großer und denn da schießt da Raketen auf mich ach das ist das Ding hier ich hab's aber gleich ich hab's aber gleich so shoot boah alter der schießt auch Raketen so verreckt du dummer sau ach du scheiße schaffe ich's noch jawohl jawohl hab da davon so der ist platt aber warum haben die mich hier so angegriffen hier ist doch gar kein sprachdings das was ich suche ist ja da oben irgendwo jetzt frage ich mich allerdings noch äh wie ich da hoch komme kann ich kann ich hier so ach ich kann hier hoch laufen das hätte ich jetzt gar nicht gedacht und hier sind ein haufen kleines schwein so so ja es geht schon ganz schön los hier muss man schon sagen so da unten irgendwo jetzt zeig ich da ich seh's aber da unten irgendwo wer weiß wer hier wieder auftaucht ach ich höre doch schon ein deiner schicht so da ist noch ein robo so da ist noch ein robo so gehen wir erstmal in deckung wo ist denn der eine der ist doch hier oben schießt der von hier oben wo ist der da oben ja den müssen wir natürlich platt machen da ist noch einer jetzt kommen wir aber nach oben Das reicht mir jetzt langsam mit euch. So. Den da drüben noch. Komm her. So. Freund Blase. Noch einer. Da. Komm der jetzt wieder her. Den kriege ich aber noch. Genau. Die nehmen wir mit. Nehmen wir auch mit. So. Hinten sind noch zwei Kisten. Gucken wir mal eben. Hier ist nichts. Aber da war doch noch einer. Genau der. So. Jetzt ist Schluss mit lustig hier. Die letzte Stimmprobe. Wusstest du, dass du auf dem zukünftigen Standort des Opel. Und da kommen schon wieder welche. Das macht der geschützturm. Wir gehen mal hier hoch. Wir müssen ja hier irgendwo hin. Wenn hier nicht gleich wieder ein Haufen Leute kommen. so hier. So. Sollte das sein. Hier unter mir. Eins tiefer. Okay. Oder auch nicht. Von der anderen Seite. Da geht es ja noch höher. Gehen wir mal hier runter. Hier runter. Ich denke mal hier unten. Dann. Dann wird das sein. Hier. Boah. Bin schon wieder fast tot gewesen. Jetzt warte ich mal eben. Bis das Schild auf Elan ist. Bring die Taschenohre an. Schnell. Ja. Ja, aber vorher möchte ich hier mal die Kiste öffnen. So, da können wir nichts. Ja, man weiß ja immer genau, wenn man das hier nicht gleich durchsucht und öffnet. Dann könnte es ja sein, dass irgendwas passiert ist, weil ich mal dazu komme. So. Und jetzt? Nimm den was? Achso. Gut. Jetzt wirst du leider mit Jacks Stimme sprechen, bis du die Sicherheitstür erreichst. Das Passwort, um sie zu öffnen, nenne ich dir zu gegebener Zeit. Test, Test. Eins, zwei. Eins, zwei. Eins, zwei. Ja, prima. Jetzt habe ich dich immer von einem Volltrottel. Na toll. Oh, was hat sie denn jetzt? Hast du wirklich gedacht? Du kannst dich vor mir verstecken, Angel. Hast du das echt gedacht? Sag deinem Freund nicht wohl. Du hast die letzte Tür zur Angels-Kontrollkern überwunden, was? Überraschenderweise hat sie ihren Teil der Abmachung angehalten. Zeit, dass wir uns erkenntlich zeigen. Komm zurück, dann stehlen wir uns einen Kammerschlüssel. Willkommen in meinem bescheidenen Laden. Ja, na, vorher wäre ich hier nochmal. Drei Worte, mein Freund. Dies ist eine Botschaft an den Crimson Raider Widerstand. Seht ihr diese schimmernde Stadt am Horizont? Der widersteht ihr ihrer Schönheit. Reinheit, Ordnung. Denk drüber nach, wenn ihr das nächste Mal den Eureiaten direkt schlaft. Das stimmt da oben. Okay. Auf geht's in unsere Stadt wieder. Wo ist er denn? Oh ja, müssen wir bestimmt hinten hoch. Ey. Keine kleine Diskussion. Du gehst nicht ohne mich. Basta. Ich brauche dich hier, um Sanctuary zu beschützen. Wenn das Ganze eine Falle ist, dann musst du diese Leute retten. Weil Angel gesagt hat, ich soll nicht mitkommen, gib's doch zu. Lilith, verdammt vertrauen wir einfach, okay? Wenn du drauf gehst, bin ich stinksauer. Vermerkt. Wenn du überlebst, reiß ich dir die Klamotten vom Leib. Ebenfalls, ebenfalls vermerkt. Echt? Echt? Los? So. Es ist soweit, Leute. Lilith, Mordecai, ihr beschützt die Stadt. Bricksock für Luftunterstützung von 1000 Katze aus. Und ich klettere hoch zu Control Core Angel. Noch Fragen? Ja? Warum gehe nicht ich? Ich will Hyperion das mit Bloodwing heimzahlen. Das wirst du auch noch. Aber für den Moment musst du Sanctuary schützen, falls das hier wieder nur eine Falle ist. Du bekommst deine Rache, Mordecai. Das verspreche ich. Wenn du das sagst, Roland. Kammerjäger, die haben vielleicht eine Chance, den Kammerschlüssel zu klauen und Jack daran zu hindern, den Krieger zu wecken. Du musst nur an dem Kraftfeld vorbei, das dich atomisieren kann, den Bunker zerstören, der genug Feuerkraft hat, einen ganzen Kontinent zu pläten und durch eine Tür gelangen, die du unmöglich aufkriegst. Damit meint er, wir werden wohl sterben. Es wird Zeit, Claptrap nach 1000 Katze zu bringen. Er muss das Kraftfeld lahmlegen. Lasst sie leiden, Leute. Das wird sicher lustig! Ja, ich nehme aber jetzt mal... Äh, hu. Falscher Knopf. Ich nehme mal hier die Nebenmission. Willst du es klachen lassen? Jack bombardiert sämtliche sechs Galaxien rund um die Uhr mit Propaganda, um die Leute dazu zu bringen, sich in der großkotzigen Stadt niederzulassen. die ihr gerade baut. Du wirst ihnen zeigen, was für eine blöde Idee das ist. Laidia Moxys Camcorder. Ich bleibe auf absehbare Zeit in Century, aber du müsstest was zu meines Slaps in 1000 Katze erledigen. Zau mal. Er ist ein absoluter Vollidiot, aber wenigstens wird er nicht versuchen, dich zu killen. Ja. Dann nehmen wir mal die eine Nebenmissionen da hinten auch noch an. Dann haben wir hier alle... So, ich schätze mal, das wird die von... Gucken wir mal. Ah, Roxy. Du willst also meine Kamera, hm? Ich leihe sie dir unter einer Bedingung. Du filmst entweder nackte Haut oder Explosionen. Am besten beides. Sehr gut. Bring diese Kamera nach Opportunity. Und, äh, schau dir auf keinen Fall Moxys Aufnahmen an. Willst du mir helfen? Als ich mit dem Schluss gemacht habe, hat Jack meinen Underdome zerstört. Und jetzt will er seine eigene Arena bauen, nur um mir eins auszuwischen. Das werden wir nicht zulassen, Sugar. Begib dich nach Opportunity und erledige den Vorarbeiter des Bauprojekts. Ja, das machen wir auf jeden Fall. Und, äh, jetzt haben wir hier erstmal alle Nebenmissionen. Und können somit das nächste Mal, äh, welche haben wir jetzt drinne? Ich guck mal eben. Äh, ja, so, die hier. Heimatvideo. Ja, ist ja eigentlich egal, mit welcher wir anfangen. Ja, ihr seht das schon. Ach, hier haben wir auch noch ein paar, die wir noch machen können. Aber ihr seht schon, das sind ein Haufen, die, auf den anderen Planeten, aber die kann ich ja eventuell dann immer noch, die bleiben ja hier stehen als nicht der Entdeckter, da brauche ich ja Bus da hinreißen. Und die dann annehmen. So, das war's dann erstmal. Ich mach hier erstmal einen kleinen Schnitt und sage bis zum nächsten Mal. Tschüss. Und dann, erzähl dir doch mal. Vielen Dank.